Wer selbst wissenschaftliche Artikel publiziert, weiß, das kann ziemlich teuer werden. Zum Glück gibt es dafür an unserer Hochschule finanzielle Unterstützung, die Open Access-Förderungen. Über einen Antrag können sich sowohl Promovierende als auch andere Autorinnen und Autoren der HBAS das Veröffentlichen ihrer Beiträge fördern lassen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Töpfe, die je nach Voraussetzung angefragt werden können. Über Topf 1, den Publikationsfonds, können Teile der Publikationsgebühren erstattet werden. Topf 2 gehört zum Förderprogramm Open Access Publikationskosten der DFG und fördert insbesondere goldene Open Access Publikationen. Über Topf 3 können Promovierende Zuschüsse des Graduierteninstituts zu den Publikationsgebühren abrufen. Promovierende füllen den Antrag des GE aus, alle anderen den Antrag der Bibliothek. Das geht natürlich komplett online. Mehr Informationen zum Antrag und zum Thema Publizieren gibt es bei unseren Forschungsservices. Zum Beispiel 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 zum